Ach, ich hätte auch einfach hier, ganz cool. Alter, guck dir das mal an! Du hast ja das Castlevania hier mit Shanoa gar nicht gespielt, ne? Da gibt es nämlich auch so die, zum Beispiel hier die Teile. Und ich habe da so eine Rune, da kann ich mich dann per Magnetismus da einfach easy hoch, ne? Aber übel, geil ey! Alter! Ich weiß halt nur nicht, was Alu kraft kann, weil ich halt Symphonie of the Night nicht gespielt habe. Bis jetzt kann ich noch gar nichts. Weil ich einfach nichts habe. Ich habe bloß des Nebelgedings, damit kann ich durch so Gittertüren durch. Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja, wenn du jetzt hier so mal genommen hättest, der kriegst ja Seelen bei jedem Gegner. Und ich krieg ja noch Runen und alles, da kann ich auch neue Sachen kriegen und bei dir habe ich keine Ahnung. Oh. Das war eine sehr gute Idee. Ich habe nicht gewusst, was das macht. Entschuldigung. Aufzüge, kennen wir doch schon. Einfach durchlaufen, keine Ahnung. Oder willst du mal runter? Wenn ich runter gehe, dann komme ich zu einer... Wo kommst du hin? Ja, da sind auch diese Magnus-Dinger, wo ich mich hoch... Ja, ich mache das. Du kannst ja schon... Ach, hier gibt es auch einen Boss irgendwie oder was? Ja, von wegen. Wenn ich jetzt geradeaus weitergehe, bin ich schon beim Ziel. Das überlebe ich nicht. Ja, warte, ich mache das schnell, dann komme ich. Ja, komm mal. Ich lasse mal die Kamera in der Übersicht. Dann sieht man vielleicht, wo du bist. Aber nicht sterben, ne? Aber deine Energie ist sicher noch gut. Wir haben doch Zeit. Oh Gott! Oh Gott, was kommt da? Warum? Was ist denn Teufel? Da kommt Zeugs. Teufel, jetzt bin ich hier. Wo gehe ich lang? Ach, weißt du was? Ich gehe einfach mal rein. Angriff! Ach, warte, ich komme einfach jetzt auch mal schnell. Halte durch! Ah! Ah! Ah, der Aufzug ist nicht mehr da. Er bewegt sich! Ich habe den Aufzug weggenommen, Entschuldigung! Sonst wäre ich nicht durchgekommen. Oh! Vorsicht, er schießt! Äh! 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 Au! Aua! Ja, ein Lederhut. Äh! Oh Gott, im Gebet! Ich würde dir ja gerne helfen, aber irgendwie bin ich gerade nicht so da. Ja! Ja! Mach nichts! Ich, äh... Fuck! Okay, das, äh... Scheiße! Warte mal! Oh, 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 oh! Kannst du nicht auch einfach wieder rausgehen? Nein! Zu hoch! Weil ich weiß nur, dass der da irgendwann auch mal runterfällt und dann, dann ist er hier bei mir. Oh, der spritzt! Oh, der spritzt! Mit seinem Blut! Ich hau einfach mal drauf! Vielleicht kommt er dann zu dir runter. Ja, wir können ja dann unseren dicken Doppellang mal machen. Au! Er hat mich gebissen! Oh Gott! Oh Gott, im Himmel! Der wachs! Der Boss ist auch jetzt der erste, weil ich hier... Scheiße! Ich bin an dir vorbeigeflogen! Oh Gott, zu viele Gegendion! Hilfe! Ach, du, meine Fresse! Ich komme! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Alter! Ah ja, voll Unfälle! Wie krieg ich dich hier einfach zu? Wo bist du? Komm zu mir! Wo bist du? Da bist du! Oh Gott! Komm, sprach mal deinen Mana, dann machen wir den dicken Doppelangriff. So! Ich bin tot! Oh Gott, was ist das? Was bist du denn? Was bist du denn? Okay, fett Doppelangriff! Ja, ich... Oh, man hat ziemlich viel Mana! Hier den Boss gibt es auch in... Wie heißt... Area of... Nee, Down of Sorrows ist das der erste Boss. Okay. Jetzt, jetzt Doppelangriff! Jetzt, jetzt Doppelangriff! Und... 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 Ich bin vielleicht tot. Ja, ich kann dich ja wiedererbeleben. Okay, dann halt bleiben... Wie bin ich jetzt? Ich habe auch wenig Energie. Ach Gott. Ich glaube, ihr gehört rot. Hat sich ja nicht. Ich dachte, wenn ich jetzt als erstes sterbe, weil ich auch wenig Energie habe, dann... Warte mal, da ist noch eine Truhe, die will ich haben. Wer hat dich? Ja, ich habe noch nicht mehr so viel Leben. Ich habe noch viel Leben. Jawoll. Ja, ja. Gebt du nur an. Dann mache ich die goldene Aufachtung. Ja. Herkules Regen. Ich habe dasselbe wie eben... Oh, da haben wir ja Glück gehabt eben. Ja. Okay, erstes Level, cool. Ja. Nee, weil der Boss, der kann es auch unten diese Fesseln abmachen, dann nimmt der dann mehr Schaden. Okay. Ich weiß, an den Füßen waren noch so Fußreife drin. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, ich weiß, was du meinst. So, jetzt pass auf Vorbereitung. Äh, da, 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 da. Nee, nicht Charakterwechsel. Status Monit. Status Monit, genau. Ich habe keine einzelne Sterone gekriegt. Das wäre schon ein bisschen scheiße. Ich kann ja bestimmt ein bisschen Zeugs verkaufen. Man kann nicht verkaufen. Nein. Ich habe keine Ahnung. Nein. Äh. Nein. 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 Ich weiß nicht, wie ich das verkaufen kann. Ich weiß leider auch nicht. Eine vor langer Zeit erfundenes französisches Getränk. Äh, Gebäck. Schluckweise genießen und tolexen. MP plus eins. Na, aber ich glaube, ich nehme mal die Kanäle. So. Monstarlexikon. Ich bin bestimmt ultra reich, wenn ich die Scheiße verkaufe. Aber ich habe keine Ahnung wie. Na hier, laden. Laden, verkaufen. Wo? Ah. Ach. Ach so, geil. Es stimmt ja, wir können ja Sachen kaufen auch. Ja gut, äh, ja. Du, ich kann mir, ich kann mir außer Kleidung ja nichts kaufen. Waffen habe ich ja, dann sind meine Runen ja. Das, was ich mir kaufen kann, macht mich nur schwächer. Und das, was ich mir nicht kaufen kann, das, äh, Jäger-Fertigkeiten. Gibt's keine, okay. Und schüss. Ah, ich verkaufe einfach mal alles. Ich glaube, ich hole mir... Kaufen. Was kann man denn kaufen? Die Kupfer-Harmisch. Oh. Oh, oh, eine Kristallkette. Oh. Ähm. Verdammt, da habe ich so wenig Geld für. Scheiße. Ach, nein. Nein. Status-Menü, verdammt nochmal. Ein Meuchel-Umhang, so. Scheiße, stopp. Ich bin jetzt voll doof, aber egal. Ein Umhang. Okay, ich wäre bereit. Ja, ich jetzt auch. Ja, mach langsam, mach langsam. Schneller! Ach, warte mal, jetzt muss ich erstmal Kapitel wieder. Jetzt sind wir wieder Kapitel 1. Ja, ja, mach mal nochmal. Wollen wir nochmal machen, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob wir das zweite schaffen. Können wir schon das zweite? Ja, ich kann eins, zwei und sieben auswählen. Ja, dann mach mal das zweite, komm. Okay, immerhin. Okay, Achtung. Wir sind ja jetzt top ausgerüstet. Eben. Ich habe ja jetzt eine... eine Lederrüstung. Ich habe einen Meuchel-Umhang gekauft. Einen Meuchel-Umhang? Ja, Mann. Ja, ich kann dir ja keine Waffen kaufen, das ist das Problem. Alter, ist das riesig. Oh, ja, wahrscheinlich. Ah, den kenne ich auch, den gibt es auch in Area. Nee, Dawn of Sorrow. Alter. Da gibt es aber einen Trick, den können wir dann... Wo bin ich denn? Ach, du bist auf der linken Seite. Ey, wieso bin ich jetzt woanders wie du? Alter, das ist doch scheiße. Ja, ich glaube, wir treffen uns eh unten. Ich denke mal, wir treffen uns schon noch. Shit, ey. Oh, was bist du denn? Ey! Das muss ich benutzen, zum Ausweichen. Ja, da gibt es aber einen tollen Trick für den Endgegner. Ja? Äh. Ja, sag ich dann, wenn es soweit ist. Ich brauche eine stärkere Waffe, verdammt. Ja, ich hab... Bräuchte ich auch, aber ich kann mir leider keine Waffen kaufen. Ich mach fucking 8 Schaden, ey. Äh. Ja, ich mach 7 oder so. Was zum Teufel ist das? Ein Staubsauger-Roboter. Ach nee, das ist ein Mädchen im Staubsauger. Naja, die gibt es auch. In... Es ist jetzt auch voll viel Down of... Sauron und so. Aber ich hab ja eigentlich von Castlevania nur die ganzen Gameboy-Teile gespielt. Okay. Du hast das beste Castlevania nicht gespielt. Ja, ich hab halt keine PS1. Ja, gut, okay. Ja, ich hab's halt schon mal so bei YouTube... Hast du nur eine PSP oder eine PS Vita? Nein. Schade. Ja, ich hab aber gesehen, du kannst dir das auch im PlayStation Network hier, glaub, holen. Ach so, stimmt. Du kannst ja auch auf der PlayStation spielen, genau. Ja, aber ich hab dann kein Geld mehr gehabt. Ach so, nee, weil ich hab's nämlich auch auf der Vita gespielt. Ich bin vergiftet. Ja, das ist scheiße. Da machst du nämlich weniger Schaden. Und ich hab eine Masse des Lebens... Nein, ich verliere Energie. Ja, du machst aber auch weniger Schaden, wenn du vergiftest. Okay, ich bin gleich tot. Aber ich bin jetzt auch vergiftet, glaub ich. Aber ich hab jetzt um Giftkiss aufgenommen. Wie, du bist tot. Nee. Ich bin bei einem HP stehen geblieben. Das ist scheiße. Warte mal. Ich hab irgendwo... Okay, da gibt's nämlich hier den Trick bei den eisernen Jungfrauen. Du kannst da Kisten davor schieben und dann geht er nicht zu denen hin. So, jetzt hab ich wieder... Das musst du machen. Ah! Komm vor! Ich muss... Ich bin gerade etwas... Oh, ich hab ein Taschen. Komm vor! Okay, jetzt bin ich tot. Fuck you! Jetzt bist du ein Skelett, ne? Ja! Hilfe! Wo bist du denn? Ich komme schon. Braust du nicht. Ich mach dir auch... Ich werf Knochen einfach. Oh Gott. Ganz viele Giftläuse. Ach du meine Fresse. Okay, ich muss weg hier. Oh, wie viel Schaden ich einfach mach. Zwei. Ich hab ein fucking Wasser des Lebens. Wann kann ich das nicht benutzen? Da unten.